Hallo zusammen, ich hatte ja euch versprochen, dass ich euch meinen Trainingsplan näherbringe. Et voilà, hier ist er. 16 Wochen pure Freude. Angefangen hat das Training ja schon und enden wird es da am 2. Oktober mit einem Marathon. So hoffe ich zumindest, dass wir bis dahin fit genug sind, einen Marathon zu laufen. Den Trainingsplan habe ich mir selber erstellt. Natürlich habe ich mir Inspiration geholt bei mehreren anderen Trainingsplänen. Deswegen auch die 16 Wochen Vorbereitungszeit, die haben die meisten anderen Trainingspläne auch gehabt. Für alle, die Interesse haben, ich habe die Trainingspläne, die ich als Vorbild genutzt habe, nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Begleiten werde ich diesen Trainingsplan oder mein Training mit mehreren Fitnesstests. Wie ihr seht, habe ich einen Fitnesstest gemacht, noch bevor ich mit dem Training angefangen habe. Die Fitnesstests sollen einfach meine Fitness dokumentieren, die ich hoffentlich steigern kann. Und einen der Fitnesstests habe ich am Ende des Marathon-Trainings, um am Ende nochmal zu sehen, wie weit habe ich mich denn jetzt gesteigert. Und dann zu gucken und mich selbst zu motivieren, weiter dran zu bleiben. Weiterhin habe ich hier drei spezielle Termine. Das sind ärztliche Termine. Hier am 23. Juni, der erste Termin, der ist ja jetzt inzwischen rum. Da war ich zur Blutuntersuchung, beziehungsweise im Labor und habe Blut abgegeben. Das könnt ihr auch schön in meinem Video von der zweiten Woche sehen. Dann am 27. Juni, also nächste Woche Montag, habe ich dann meine Untersuchung beim Arzt. Da werde ich auf Herz und Nieren geprüft. Und am 30. Juni, da freue ich mich ganz besonders drauf, da habe ich eine sportmedizinische Untersuchung. Das klingt auf jeden Fall aufregend. Kenne ich noch nicht, habe ich noch nie gemacht. Das wird bestimmt spaßig. Des Weiteren habe ich noch beim Orthopäden eine Gang- und Laufanalyse. Aber der Termin steht noch nicht ganz fest. Der kommt dann auch in meinen Kalender. Und wenn ihr meinen Wochenplänen folgt, werde ich bestimmt noch darauf eingehen. So sieht bei mir ein typischer Wochenplan aus. Der hat eigentlich immer dieselben Inhalte und ist nach dem 3-2-2-Prinzip aufgebaut. Das heißt, drei Tage Lauftraining. Wobei es immer mindestens einen lockeren Lauf und einen langen Lauf gibt. Und dann einen wechselnden Lauf. Entweder ein stabiler Lauf oder einen Schwellenlauf. Aber so prinzipiell gibt es immer drei Tage Lauf. Und dann gibt es zwei Tage Alternativtraining. Das Alternativtraining besteht dann aus Trainings, die andere Muskelgruppen beanspruchen als das Joggen. Wie zum Beispiel das Radfahren oder Schwimmen, Rudern oder sowas in der Art. Oder ein ganz normales Fitnesstraining, Muskeltraining. Hauptsache die Beinmuskeln bzw. die Muskelgruppen, die beim Laufen beansprucht werden, können sich da ausruhen. Und zwei Tage habe ich, die komplett Ruhetage sind. Wobei einer der Regeneration durch Yoga gewidmet ist. Aber dementsprechend habe ich drei Lauftage, zwei Alternativtage und zwei Ruhetage. Also drei, zwei, zwei. Die letzte Woche vor dem Marathon sieht etwas anders aus. Da haben wir drei Ruhetage bzw. einen Yogatag, zwei Ruhetage. Und dann haben wir lockere Laufeinheiten. Auch vor dem Marathon direkt nochmal ein 15-minütiges, lockeres Laufen. Und dann am Marathontag zählt der Marathon. Da zählt es dann wirklich ins Ziel zu kommen, fertig zu werden. Am besten noch mit einer relativ guten Zeit. Aber ich denke, das wird schon. Es ist jetzt halt ein schöner Anfängertrainingsplan, der für jeden geeignet ist, der auch gerade erst mit dem Laufen beginnt. Weil gelaufen wird hier nach Zeit und nicht nach Tempo. Das heißt also, jeder kann in seinem Tempo laufen, dass er für das sich Richtige hält und für sich am besten vereinbaren kann. Deswegen, auch wenn man sportlich noch relativ unvorbelastet ist, kann man auch mit diesem Trainingsplan anfangen. Auch wenn ich mir da mehr Zeit nehmen würde, als nur 16 Wochen. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Wer ganz hart drauf ist, kann ja auch vollkommen untrainiert einen Marathon starten. Aber davon würde ich definitiv abraten. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen, Fragen oder Kritik habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren lassen. Ich beantworte eure Fragen gerne. Gehe gerne auf Kritik ein. Falls ihr meinen Trainingsplan auch nachtrainieren wollt, dann stellt ihn euch gerne zur Verfügung. Meldet euch einfach unten in den Kommentaren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir die Daumen drückt, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und wenn ihr dem Kanal folgt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.